Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Tenants hier aus D-Game-Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sind im sechsten Monat am dritten Tag unterwegs und müssen schon wieder Rechnung bezahlen. Fuck, da sind sie bezahlt. Ich bin da, ich bin auch wirklich im wirklichen Leben, also wenn ich dann irgendwo Rechnung oder sowas irgendwie offen habe. Ich mag Schulden nicht haben und deswegen bezahle ich Rechnung immer sofort. Ja, muss ich dir mal einen Profi schicken. Ein undichtes Rohr hat sie. Ja, das ist natürlich sehr ungünstig. Vielleicht sollte man damit auch zum Arzt. So, das kostet 116.000, kann ich mir gerade auch nicht leisten, aber ich könnte theoretisch meinen Kredit zurückzahlen. Denn genügend Geld habe ich. Moment, noch einen zurück, wenn wir mal bei der Bank gucken. Wir hätten noch 46.000 offenen Kredit und wir haben jetzt 58.000 auf der hohen Kante. Aber na gut, wir machen auf jeden Fall erstmal noch einen Job. Und da haben wir hier eine Agentur beauftragt, die Renovierung meiner psychiatrischen Praxis. Moderne Ausstattung ist ein Muss, Anforderungen rund in eurem Budget. 14.300 Kriterien, wichtige, benötigte Möbel, erster Eindruck, unwichtig, Dekoration. Angenommen die ganze Sache, gucken wir uns mal einfach an. Und ja, hier kommt, das nehmen wir auch noch an, so ein Dings hier, so ein Flora, Flora Sandford. Flora, finde ich, ist ein schöner Name. Flora klingt gut. Klingt so pflanzlich. Ähm... Flora ist eigentlich nicht Pflanze, ne? Fauna ist Pflanze. Weiß ja geil. Ähm... Gut, wir gehen hier mal zur Renovierung und wir werden hier die Renovierung starten. Und müssen natürlich jetzt erstmal hier einen Wasserfleck wegmachen. Da hat einer einen hinterlassen. Das ist gar nicht mehr so schön. Floral, nee, doch. Flora ist Pflanze, ne? Fauna ist... Florist, na klar. Flora ist Pflanze. Natürlich. Klingt so blumig. So, Renovierung starten. So, was hätten wir denn ganz gerne? Wir hätten ein Wartezimmer, wir hätten ein Büro und wir hätten zwei Badezimmer. So, welches Badezimmer möchtest du denn gerne gelb haben? Beide oder nur eins? Nur eins. Okay, dann gucken wir doch mal, ob wir jetzt hier eine gelbe Wand reinzimmern. Das war die falsche Wand. Okay, dann nehmen wir die hier. So. Da machen wir schön gelbe Wände rein. Die Wände an dich wichtig? Ne, ne? Benötigte Möblierung. Erster Eindruck. Da müssen wir aber benötigte Möblierung nachher mal gucken, was da so mit dem Kabel will. Äh, ein Ventilator und ein Grammophon. Naja gut, das ist leistbar. Gut, dann machen wir hier einen Fußboden, Fliesenfarben. Ähm. Oh, die sind aber echt... Naja gut, egal. Machen wir mal rein. Toilettenpapier brauchen wir. Machen wir das Klo da hinten an die Wand, ne? Ich hoffe, das geht beim Fenster, das Klo. Bin mir nicht sicher. Äh, doch so ein Alleinstehen. Das müsste ja gehen noch an der Wand, oder? Hier am Klo? Ne, geht nicht. Das da? Ne, geht nicht. Ach, schade. Na gut, dann guckst du halt in die Richtung vom Pott. Dann nehmen wir das Klopapier aber nochmal mit hier rüber, damit du da auch rankommst. Und dann nehmen wir auch die Klobürsten. Und... So, da kommt man auch ran. Und dann brauchen wir noch ein Viva-Waschbecken. Nehmen wir mal das hier. Achso, muss ich drehen. ZZ. So, dann nehmen wir mal da hin. Schaut mal nicht zum Klo. Okay, dann bewege ich die ganze Scheiße in die Richtung, so. Kommst auch zum Klo. So, sieht doch gut aus. Oder, warte mal, die Tür, das ist alles ein bisschen sehr nah dran. So. Tür auf. Kann man da hingehen, kann man sich da die Pfoten waschen und wieder raus. Wunderbar. Einmal frei. Ja, dann nehmen wir jetzt das andere wunderschöne Toilettchen mit grauen Wänden. So. Haben wir erledigt. Dann brauchen wir noch ein bisschen Boden, Laminat. Interessant, interessant. Dann brauchen wir auch eine 2 LED. Welche habe ich denn da genommen? Da habe ich die genommen, ne? Dann werde ich die hier gespiegelter anbauen. So, dann kann natürlich ein Rohr nach draußen. So, ist ja auch ganz... So etwas kann ja durchaus wichtig sein. So. Dann brauchen wir den Klobürstenhalter hier. Dann brauchen wir Toilettenpapier. Und dann brauchen wir natürlich auch noch ein Waschbecken. So. Dann nehmen wir natürlich dieses hier. Auch von oben mal drauf. Hm? Ideal Standard. Mit einem soliden Schieber. So. Okay. So. Dann brauchen wir ein Wartezimmer. Da gehe ich ganz stark davon aus, dass das hier wohl ein Wartezimmer ist. Dann nehmen wir helle Ziegelsteine. Das sieht schön bescheuert aus. So, da noch ein bisschen was dran. Und hier und dort. So, das ist doch schon mal schön depressiv. So, Boden fertigstellen. Ein Wartezimmerboden. Dann muss man natürlich irgendwas fliegeleichtes, wo man direkt nicht so schnell drauf sieht. Also was grau ist. So. Und dann eine große Pflanze möchtest du gerne in deinem Wartezimmer haben. Die stellen wir hier mal zwischen die Klotüren. Einen Läufer möchtest du auch noch haben. Den machen wir hier mal vor den Eintritt in das Büro. Ein Motivationsposter. Stream Big. Kommen wir hier über den Stromkasten hin. Warte mal, Stromkasten. Da kommt man hier ganz in die Ecke. So. Dann brauchen wir einen Sessel. Geld habe ich noch nicht noch. Noch 10.000. Dann habe ich noch nicht noch. Dann nehmen wir hier so einen modisch schicken Sessel. Den kann man auch wunderschön, glaube ich, in die Ecke reinstellen hier, oder? Das sieht doch richtig toll aus. Unter dem Stromkasten. Warte mal. Ne, da sind die Klodeckel. Die Klotüren. Ne, da muss ich den Stromkasten doch nochmal umziehen lassen. Moment. Kann ich den Stromkasten und den kann ich bestimmt hier hin, oder? Wie cool ist das? So, dann haben wir da einen schönen Sessel in der Ecke. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und dann brauchen wir noch einen Sofa und noch einen Sofa. Ähm. Hehehehe. Nehmen wir hier schön so ein halbwegs passend dazu. Ein Sofa. Und noch ein Sofa. So, dann können die sich da schön hinsetzen. Dann ist alles gut. Okay, dann machen wir jetzt erstmal den hier fertig. Ähm. Grüne Wände möchte ich ganz gerne seine Arztpraxis haben. Also, ist da schwierig. Na ja, grün ist die Farbe der Hoffnung und Braun vielleicht beim Psychiater. War doch Psychiater, ne? Psychiatrische. Wenig glaube ich war es, ne? Naja. So, dann brauchen wir noch einen Teppich. Da bleiben wir natürlich dann dem Grün treu, ne? Und machen hier ein schönes grünes Muster ihm rein. Muss ja ein bisschen aussehen wie aus einem Guss. Äh, dann möchtest du ein Motivationsposter haben. Ähm. So, dann nehmen wir das hier und dann nehmen wir Never Give Afton. Das machen wir hier zwischen die Fenster. Na ja gut, sowas. Um sich weiter zu lesen. So. Einen Regal hättest du gern. Oh, das sieht sehr schön aus hier. Das muss ich ehrlich sagen. Das hat sehr viel Schönes. Das würde ich dann hier in die Wand stellen wollen. Ein wunderschönes Regal. Ein Gemälde. Was ist das da dazwischen? Sehr gut. So, die Heizung funktioniert nicht mehr. Wo den Profi schicken? Okay. So. Dann. Was hat er denn noch ganz gerne? Den Stuhl. Ja, nehmen wir natürlich hier diesen wunderschönen. Stuhl. Ähm. Sofa. Bürostuhl. Einen Schreibtisch brauchen wir noch. Aber da haben wir auch keine richtig schönen, ne? Aber der passt zum Regal, muss ich sagen. Der passt zum Regal. Den drehen wir mal so hin. So. Dann stellen wir da noch einen Bürostuhl dran. Dann nehmen wir hier natürlich den Teddy-Sessel. Der Doktor sitzt auf dem Teddy-Sessel. Ähm. Gut. Eine große Pflanze. Die kommt hier in die Ecke. So. Dann kommt noch ein Sofa mit hinein. Dann nehmen wir natürlich ein grünes Sofa. Wunderbar. So. Und jetzt müssen wir die benötigten, ähm, Ventilator und ein Grammophon. Gucken wir mal, was ein Venti ist. So ein Grammophon. Was ist denn hier dabei? So. Hier haben wir ein Grammophon. Das können wir jetzt schön hier hinstellen. So. Und dann willst du noch ein Ventilenti haben. Wo ist denn ein Ventilenti? Habe ich die noch gar nicht? Hm. Na, hier sind Ventilentis. So. Dann machen wir hier schön so ein Ständer-Venti. Zack. So. Findet er auch ganz gut. Dann würde ich sagen, äh, bezahlen wir jetzt noch wieder Rechnung. Und dann, was ist das für uns? Zack. Abschließen. Lassen wir uns mal bewertigen. Dream Big, ähm, wird halt sehr gut angesehen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt geht es ins Klöchen rein. Was guckst du denn? Ah, die Klobische guckt es an. Da haben wir auch das teurere Modell genommen. Das könnte dir gefallen. Ja, das liebt sie sogar. So. Dann guck mal, wo geht sie jetzt hin? Wird hier reingegangen. Oh, finde bitte das Grammophon ganz cool oder so. Oder den Ventilenti. Äh, sie geht zu der Pflanze. Okay. Ah, die findest du gut. Okay. Wo will sie jetzt hin? So, erst deinen Druck nochmal angucken. Kommst du hier rein, hast du einen schönen grauen Teppich. Wird jetzt nochmal aufs Klo gehen? Aha. Naja, okay. So. Dann gucken wir nochmal, was, äh, achso, sie hat gerade ein bisschen Geld überwiesen. Sehr schön. Ähm, dann kann ich hier alles bezahlen. Und dann öffnen wir die App und gucken mal nach der Bewertung. Und das ist immer eine 4-Sterne-Bewertung immer hingekriegt. Nötige Möblierung, es wurden die beliebigen Möbel verwendet. Der Läufer, Gegenstände konnten monischer sein. Mühe an Magelmelde. Okay, fand das nicht so toll. Äh, wenn die Materialien sind, nicht in allen Räumen einheitlich. Probleme, keine Probleme. Wichtige Kategorie erst sein. Dekoration wohl gut. Na gut. Okay. So. Ähm, was sagt sie? Irgendwann mit dem Sicherungskasten mal. Irgendwann mit dem Sicherungskasten mal. Wir wollen jetzt mit dem Sicherungskasten hier. War das hier bei ihr mit dem Sicherungskasten? Ah ja. Oh, da sieht aber auch nicht wirklich gut aus hier. Was hast du denn wieder gemacht? Ach, was du essen in der Mikrowelle gemacht? Was gibt's Leckeres? Was gibt's denn da? Das sieht aus wie Nudeln mit Tomatensass oder so. Oh, was ist los? Ah, jetzt kriegen wir schon die Bewertung für den zweiten Job. Na, das ist doch super. Er ist auf begeistert. Ah ja, er bewertet sie, während sie aufs Klo geht. Das ist schmerzfrei anscheinend. Okay. Na gut. Sehr gut. Das war auch erfolgreich. Haben das nächste Geld verdient. Gehen wir hier mal rein in die App. Und dann kriegen wir fünf Sterne Bewertung. Und haben nochmal 2100 Dollar verdient. So, hier bezahlen wir nochmal 51 Dollar. Und dann sind wir jetzt bei 65 Dollar. Äh, 65 Dollar. 65.000 Dollar. Gut. Das hält aber immer noch nicht ganz vor. Ich glaube, ich kann jetzt immer noch keinen Gegenstand hier kaufen in der Karte. Der ist teurer. 116, ne? Das geht auch. Wir haben insgesamt 2000. Achso, jetzt habe ich meinen Kredit bezahlt. Oh, die vierte Rate. Dritte Rate. Dritte Rate. Die dritte Rate für meinen Kredit war das. Und 43.000 sind noch offen. Da hätten wir schon mal 20.000 auf der hohen Bank und wir könnten 100.000 aufnehmen. Da könnten wir die Wohnung hier mieten, ne? 28.000 Quadratmeter. Könnte man kaufen, ne? Oh, die ist teuer. 20 Quadratmeter für 192.000? Ist das nicht für eine Villa? Na gut. Okay. So ist es halt. Ähm. Lohnt es sich noch? Ich glaube, es lohnt sich nicht, mehr einen neuen Job anzufangen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht. Und deswegen würde ich jetzt an dieser Stelle die Folge auch wieder beenden. Ähm. Ja. Machen wir mal so, ne? Dann hoffe ich einfach, dass wir beim nächsten Mal wieder... Ups, Salat. Was haben wir jetzt gemacht? Was war denn das für eine Aktion? Okay. Ähm. Und dann hoffe ich einfach, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Dann, äh. Ja. Macht ja an sich Laune. Ganz okay. Muss ich sagen. Ist ganz okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.